hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu left for dead ja in der letzten folge sind wir kläglich gescheitert kläglich möchte ich sagen aber diesmal werden wir es hoffentlich besser machen und wir haben hier schon zwei zonvisierte let's player und ich mach schnell die tür auf wovor das weiter in meinem ohren rumpelt da bin ich bei der treppe runtergefallen fängt ja schon mal gut an oh und ich runtergesprungen aber es geht wir müssen auf jeden fall heute ein bisschen schneller durch ne ja wir sollen ein bisschen ruschen 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 wald raschen so dann müssen wir auch vorwärts gehen wer ist denn da oben noch einmal muni weißt du wir reden von raschen und sarazal ist immer noch oben und nimmt sie noch mal rum muni alles klar ist doch schon wieder logisch hier ich habe mir kann ich ja nicht riechen doch ich muss ja gerade nachhören bitteschön diese ätzende jockeys hier ist ein molly den rumpel rette ich aber nicht mehr weil der ist gemein ja ja der ist immer so rumpel angewiesen der ist ein oberlehrer der studienrat also forcierst du noch die ganzen kommis ich glaube jetzt aber mit dem rumpel hinterher der gronk ist ein guter schüler ist der sarazal nicht sarazal ich möchte mit deinen eltern reden guck mal der spielt verstecken der zählt gerade bis 10 lade übrigens nach gerade echt das finde ich gut danke für die info ich lade nach liebe damen und herren da draußen wenn ich nachlade dann tue ich nichts anderes als da hinten ist ein charger lade vor wenn es brad maxi gibt da ist noch ein jockey so jetzt ein bisschen konzentration dann klappt das auch mit dem nachbarn dann klappt es auch mit den nachbarn das war doch so ein spruch von irgendeiner persil oder karl karlkau karlkau aber auch da war die so ein ganz schön an wo ist er wohl auch das heißt der beest hier der ist gleich da und hier und so Okay, Zoe, geht's dir gut? Nee. Hast du gerade Zoe gekillt? Ja, nein. Doch, hab ich doch gelesen. Wollte er nicht zugeben, der Rumpel gerade. Der Rumpel. Ich hab den Molly geworfen auf den scheiß... Alter, was ist denn heute los, sag mal? Bratmaxe, das ist los. Ja, aber echt. Feiß und ich hab schon keine Mund mehr. Gab's hier noch ein bisschen Munition irgendwo? Tu mit deiner Munition. Lauf am besten mal zurück zum Anfang. Das geschieht dir recht. Ich krieg heute keinen Special Kill zugeschrieben. Das kann doch gar nicht sein. So, weiter. Das hat ne miese Statistik heute für mich. Ist so killgeil, Gronkh. Ja, heute schon. Bin aggro. Warum denn nur? Wieso denn, Blues? Pubertät! Ah, nee, die will ich nicht. Oh, mit der Magnum kannst du aber auf Reichweite echt verscheißen, ne? Eigentlich. Naja, auch wohl geht. Ne, die ist gut, die Magnum. Ja, stimmt. Muss ich zurücknehmen, diesen Einwurf. So, liegt da noch was rum? Was Interessantes? Äh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir haben Charger hier draußen. Und noch ein Jockey. Geist die Fresse. Ich sehe grad gar nichts. Wo sind die Pipebombs? Habt ihr die? Ich brauch dringend Muni. Wo sind die Pipebombs? Alter, es müssten noch Pipebombs drin sein. Hier ist es ne Boomerball, die nehm ich mal mit. Ja, ja, eben. Aber die ist ja scheiße. Die sind geil. Die sind geil. Doch, die sind geil. Geil, oder? Ich hab die, äh, mal, äh, zwischen einer Aufnahme, die wir abbrechen mussten, kurz, weil ja mein Spiel abgestürzt ist, hab ich da immer eine geworfen. Und dann greifen die sich selber an. Das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren, Freund. Freund Gregor. Ja, aber bei Special Wops, ne? Auf dem Tank dann. Ja, obwohl das bei den Zombies auch wirkt, aber nicht so dringend ist, ne? Oh, sorry, ich hab gedacht, du wärst die Zombie. Hier ist ne Pipebomb. Und so. Alter, wie ich schon wieder keine Muni habe. Hier ist ne Pipebomb. Hier ist ne Pipebomb. Hier ist ne Pipebomb. Ich glaub, nehm ich mal eher mit, ne? Die ist irgendwie sinnvoller. Ich hab auch noch so ein Ding hier. Ich kann das ja mal werfen, theoretisch. Ja, mach doch. Aber nicht die Pipebomb. Nee, warte, dann müsst ihr mal aufhören zu schießen, damit man das auch ansehen kann. Aber Boomerball kannst du nur auf irgendwas draufwerfen. Also das bringt nicht zu viel. Nicht schießen, bitte. Hinter uns. Wir haben Splitter hier und wir haben, äh, einen Charger, Vorsicht. Oh. Aua, Alter. Was zur Hölle. Das war der Splitter, glaub ich. Ja, dieser Spuckenapft-Typ. Ey, unverschämt. Das klingt so rapide. Hier ist noch ein Molli-Molli-Molli. Alter. Scheiße. Danke. Alter, ihr habt gleich... Ich zieh euch echt das Pech an, einfach. Ich aber auch. Also, da stehst du nicht allein mit da. So, können wir jetzt mal weitergehen und die Muni holen? Lech mich auf. Hier gibt's Verbannsteil. Na endlich. Geht mal nach hinten, ich löse aus. Bitte. Kann mir mal das Verbannsteil sein. Ich hab bitte gesagt. Ihr sofort nach hinten und ich löse aus. Gefälligst, bitte. Aber das hat beim letzten Mal gut geklappt. Da hat der gute Manu schon recht. Auweia. Warum müssen wir das eigentlich auslösen, frage ich mich. Weil, äh... Dann kommen die Zocken. Nee, sonst kommen wir da nicht drüber. Das Ding fährt nach unten. Ach so. Sehr guter Molli übrigens. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Splitter von vorne. Da brauche ich ja gar nichts reinballern. Die sterben ja alle am Brennen. Übrigens, ähm, bei der M16, ne? Oh, das ist ein Hunter. Nur mal so als Tipp. Das ist ein Hunter. Wenn ihr auf Entfernung schießen müsst, dann gebt einzelne Schüsse ab. Dann habt ihr dieses Streuproblem nicht. Aber hier bringt das eigentlich egal, wie viel das bringt. Naja, ich meinte das auch eher für die Specials. Genau. Ja, wenn du jetzt auf die Reichweite einen Feind hast, dann lohnt sich das. Aber hier trifft der eh ein. Ja, das stimmt. Und wie viele da kommen. Ja, deswegen, das ist egal, ob die streut. Da haust du ja eh fünf mit einer Kugel um irgendwie. Das ist sogar ganz gut, dass sie streut. Außerdem haben wir vorne genug Muni, also weiter. Ich hol mir da nochmal was. Vorsicht, Charger. Oh, wacke. Ach, Mann, ey, immer auf mich. Aber ich beschütze dich doch. Scheiße, jetzt habe ich keine Muni. Ah, du müsstest noch ein bisschen was haben, oder? Fuck, Hunter. Du Dreckspanner. So, Hunter und Boomer sind auch weg. Jetzt reicht's. Jetzt geht's saures, Freunde. Wow, Alter. Vorsicht, Rumpel. Ja, ich muss mal Muni holen. Gebt ihr Rücken. Ja, das ist schon, okay. Oh, das bist du. Sorry, jetzt habe ich dich. Ach, du Scheiße. Alter, wie viele hier sind. Heißt, ich brauche dringend Muni. Heide ich mal. Keine mehr. Warte, ich gebe dir Feuerschutz. Geh nach vorne. Ich komme mit dir mit. Ich komme mit dir so Pillen. Ich komme mit dir mit. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Du müsst ihr so. Boah. Ach, du Scheiße. Jetzt habe ich euch, Alter, voll verpeilt gerade. So, komm mit nach vorne, dann kannst du den Muni nehmen. Wollte eigentlich den Grund mit Pillen retten gerade. Da habe ich die selber genommen, weil ich auf einmal geschlagen wurde. Vorsicht, 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 Vorsicht. Super. Hinter uns. Hunter. Alter, das gibt es doch nicht. Und doch gleich noch ein Smoke hinterher. Fick dich doch, du Scheißvieh, Mann. Und noch ein Hunter. Nee, der war der, das war derselbe noch. Das war der, okay. Wir stehen hier irgendwie nicht so gut. Ja, wir sollten wieder nach hinten gehen. Das war besser, Freunde. Lass es nochmal tun. Mit zu viel Leben verlieren wir uns nicht gut. Oder? Ja. Gronkos, was sagst du? Ja, 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 ich bin gleich bei euch. Der Gronkos wieder an seinem Element. Ja. Mit dem Zombie töten. Wartet mal gerade. Wadert mal nicht drauf, bitte, kurz. Jetzt. Ich mache hier gerade nur Notwehr. Guck mal, guck mal. Ja, die laufen jetzt alle zu dem einen Zombie, aber der ist ja schon sofort tot. Das lohnt sich halt beim Tank oder so. Alter. Ach du Scheiße. Mann ey, heute... Hast du es aber. Aber echt. So, komm, wir gehen jetzt mal weiter. Wird heute normal trittiert. Okay, lass mal weiter. Schnell, schnell, schnell. Komm. Nicht müde werden. Wir müssen rushen. Muni. Ah, schon wieder. Diesmal war es nicht du das. So, das Ding ist endlich aus. Da kommen mehr von hinten. Komm, weiter runter jetzt hier. Nicht oben bleiben. Echt? Okay. Wollen wir mal... Sicher? Bist du dir sicher? Ja, weil wir müssen alle runter. Schnell, weiter, schnell, weiter. Schnell, weiter, schnell, weiter. Wieso bleibt ihr da? Alter, die kommen jetzt von allen Seiten. Ob das so gut war? Doch, wir sind ja zu viert. Wir müssen nur nach hinten und nach vorne. Okay, lass uns weiter rennen. In den einen Raum da vorne. Kommt. Wir machen das. Bam. Bam, du verdammter. Kommt ihr mit? Seid ihr alle da? Ich bin durch. Yo, 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 yo. Oh, fuck you. Hier in diesen einen Raum. Alter, scheiße. Wo seid ihr? Hier in dem Raum drin. Komm rein. Ich seh euch gar nicht. Ach, da. Alter, 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 Alter. Bitte nicht auf mich. Nein, nein, nein. Ich schieß nur daneben. Hals, ich komm gar nicht mehr weg. Ja, du musst da aus meiner Schussbahn. Dann könnte ich dir helfen. Ja, ha, 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 ha. Ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. So, ich bin fast tot und ich hab nichts mehr. Scheiße. Gib hier. Hier. Warte. Ich hab auch noch einen Health-Bag. Warte mal. Hier, Alter. Habe ich jetzt dem Sarraza die Pille gegeben. Du hast da noch was. Rechte Maustaste oder linke? Warte, warte, warte. Rechte, aber der muss sich erstmal diese Adrenalin geben. Sonst bringt das nichts. Hier. Oh, scheiße. Warte, wir müssen Zoe retten. Ja. Ah, die liegt. Alter. Jetzt. Der Jockey. Dieser Gottverdammte Jockey. Meine Fresse. Okay, ich werfe ne Pipe. Vorsicht. Ich werfe ne Pipe. Holt Zoe hoch. Ich hol Zoe hoch. Jetzt brauchst du nicht mehr drauf zu schießen, Gronkh. Spar die Muni. Was? Da war noch ne Pipe. Da war noch ne Pipe. Ich hab ne Pipe geworfen. Da brauchst du nicht drauf zu schießen dann. Weiter in den nächsten Raum. Rein in den Raum. Da ist Muni. Ich muss mich hier irgendwie durchboxen. Ich werd grad fett in den Arsch getreten. Komm rein. Okay. Bin drin. Ron, komm rein. Schnell. Bin drin. Bin drin. Bin drin. Super. Ich geb euch Feuerschutz. Zoe, komm rein. Schnell. Oh Mann. Vorsicht. Ich schieße da den Dings an. Oh Mann. Zoe, bleib da einfach stehen, Alter. Ah, das war klar. Scheiße. Das ist halt der Bot. Leider. Ich muss die retten, warte. Ich krieg das hin. Oh oh. Alter, du bist auch gleich tot. Was heißt das Geräusch? Welches Geräusch? Da war grad so ein Tee, Tee, Tee. Alter. So, ich heil dich mal ganz kurz. Oh Zoe, ich muss der Zoe hoch helfen mal ganz kurz. Okay. Gib mir Deckung, Freunde. Schon dabei. Oh, wir dürfen hier nicht zu lange stehen bleiben, Leute. Okay. Nee, wir müssen sofort weiter nach oben durch eigentlich. Ich heile mich. Okay, das war's. Der Spaß beginnt. Rein, rein, rein in den Raum wieder. Ja, der ist sicher. Alter. Übernehmen das Fenster. Ich übernehme das Fenster. Zoe ist wieder draußen. Zoe ist draußen. Ich versuche mal Zoe zu sichern irgendwie, wenn es möglich ist. Alter. Okay, jetzt noch einmal Muni nehmen und dann weiter jetzt. Scheiße, wir werden wieder aktiviert. Hast du irgendwas draußen, hast du irgendwas draußen? Ach du Scheiße. So geh in den Raum oder weiter? Scheiße, scheiße, scheiße. Weiter, 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 weiter. Nicht stehen bleiben jetzt. Ja, haha. Geht aber nicht anders. Okay. Ron, komm rein in den Raum. Also ich kann nicht, ich humple. So warte. Vorsicht. Vorsicht, Hunter. Da ist er, der sitzt auf mir. Hab ich. Wo seid ihr? Hier, direkt neben dir. Bleib einfach dort. Okay, ich brauche Deckung. Ich muss mich heilen. Jetzt bin ich gleich tot. Oh, Backe. Alter. Okay, weiter geht's. Wir müssen hier rüber. Okay, wir folgen dir, Alter. Mein Fresse. Schaffen wir es diesmal? Ich hoffe. Durch. Okay, der nächste Run. Und weiter, kommt. Hier runter. Oh, scheiße, 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 entschuldigung. Nein, der hat mich, der Jockey hat mich, schnell. Ich komme, ich komme, ich probiere. Komm, komm, ich probiere. Ich probiere zu tun, was ich kann. Scheiße. Das ist der Safe Room. Rein da, Leute, rein. Ja, ich muss erstmal hier freikommen. Scheiße, Mann. Kuh. Rein, rein, rein. Komm nicht weg irgendwie. Lämme fest. Ja, die Zombies, boah, alter. Weiter geht's. Weiter geht's? Wir machen zu und sind für den Safe. Yeah, Alter. Alter, finde. Was war das denn? Also tausend haben wir da zusammen, auf jeden Fall. Ja, war gut. Manne, manne, manne. Ich dachte, wir schaffen die letzten drei. Ich sehe voll gut aus. Oh, danke, Zoe. Oh, die Zoe ist so lieb. Zoe besorgt es mir gerade, das ist voll lieb. Danke, so. Du bist doch ihr Opa, du. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Yeah. Rock and Roll, wenn es wieder heißt.